Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, genau, Kingdom Hearts. Einen wunderschönen guten Tag. Ich wünsche euch zuallererst, ganz, ganz wichtig, erstmal frohe Weihnachten. Jawohl, frohe Weihnachten. Sorry, dass die letzten zwei Tage keine Folge kamen. Ich hab's vor Weihnachten nicht mehr geschafft, es tut mir mega leid. Ich weiß, das sollte nicht so sein, aber es ist jetzt nun mal so, ich kann's ja nicht ändern. Und trotzdem wünsche ich euch frohe Weihnachten. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, ihr habt die zwei Tage einigermaßen überstanden. Wie gesagt, I'm fucking sorry. Ähm, oh, warte. Das muss weg. So, äh, ja, weißt du Bescheid, ne? Ihr wisst ja, der allseits bekannte Wahnsinn vor Weihnachten. Ich glaub, jeder kennt ihn. Ne, jeder kennt ihn. Und leider hab ich's vergessen. Beziehungsweise, ich hab's nicht vergessen, ich bin aber nicht dazu gekommen. Ne, ich hoffe, das ist okay. Und ich hoffe, ihr hasst mich deswegen jetzt nicht. Also nicht mehr als sonst. So, ähm, dafür kann ich euch aber sagen, äh, nächste Woche startet ein neues 1730-Projekt. Aber dazu mach ich, glaub ich, extra nochmal ein Video. Äh, so ein Kamera-Handy halt, äh, Video, dass ihr, äh, da komplett informiert seid. Jawohl. So. Jetzt müssen wir mit ihm hier sprechen. Wir haben in der letzten Folge gegen Kerberos ein Bossfight gehabt. Der war... Knackig, möchte ich meinen. Damit haben wir das Olympia abgeschlossen. Ne, bei Herkules waren wir jetzt gewesen. Wir haben die Helden-Lizenz bekommen. Und wir sind jetzt offiziell ein Held. Jawohl. Ich mein, das waren wir vorher schon. Aber jetzt sind wir's noch mehr. Und jetzt quatschen wir mit ihm hier mal. Mal gucken, was er zu sagen hat. Oh, warte. Hey, bist du okay? Ja. So, why did you go along with him, anyway? Ich bin für jemanden. Hades hat gesagt, zu helfen. Ich versuche, die Kraft der Dunkelheit zu verabschieden. Aber es hat sich zurückgezogen. Ich bin in die Dunkelheit. Und ich konnte nicht finden, die Licht. Nein. Nein. Ich denke, ich werde passen. Sora hat Perforieren erhalten. Okay, das ist geil. Glaub ich. Was macht das? Was, ist das ein Item oder was? Oder mal Sora? Da haben wir gar nichts. Haben wir hier noch Potions? Oh ja, warte mal. Bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Stopfe ich mir mal fett die Potions hier rein. Tauschen, tauschen. Zack, rein damit. Was haben wir da bekommen? Perforieren. Was ist das? Und vor allem, wo finden wir das? Das ist doch wahrscheinlich... Eine Ausrüstung ist das nicht, ne? Eine Ability? Perforieren. Hier, guck mal. Ziel wird durchstoßen. Kombo durch rechtzeitiges Tastendrücken. Mittelkampftechnik. MP verbraucht zwei. Okay. Okay, 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 okay. Das ist, glaube ich, ganz nice. Da sagen wir doch einfach mal Danke. Haben wir einfach mal ein Geschenk an Weihnachten bekommen. Cool. Ehrenhaft. Thank God, it's Christmas. He's strong. He's kind. He's always there for you. And he's handsome to boot. He's perfect. Perfect. Perfectly infuriated. He makes me crazy. Wait a minute. What are you worried about? All the pieces are in place. Relax. Whoa, 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 whoa. Here's what you do. Let Hercules train the kid. In the next games, I'll take care of them both. Oh. Who invited you to the party? Stay out of this. This is my show. As you wish. Fight to your heart's content. Wie sie mich einfach immer maximal an Lilith aus Diablo erinnert, ne? Lilith aus Diablo 4. An die erinnert die mich sowas von maximal, ne? Ich meine, ist eine geile, ist ein geiler Anti-Hero auf jeden Fall. Aber interessiert mich, also, 100%ig erinnert die mich da dran. So, wir waren beim Arena des Olymps. Wir waren in der Stadt Traverse und wir waren im Wunderland. Wir hatten einen Stern, wir hatten zwei Sterne. Naja, und jetzt müssen wir leider da rein, wo es drei Sterne gibt. Ich habe ein bisschen Angst davor. Aber wir werden das... Ach, hier kann man auch bremsen. Guck mal. Ah. Wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Glaube ich hoffe, ich denke, ich weiß ich nicht. Oh, ich muss schießen. Das ist ja richtig beschießen. Hahaha. My God, I'm self for a... That's amazing. Scheiße. Das ist doch Müll. Okay, nehm mal mit. Sehr geil. Ich weiß gar nicht, wo kommen wir jetzt überhaupt hin? Was gab es denn früher noch so? Ich glaube, es gab bei Kingdom Hearts auch Dschungelbuch, ne? Oder? Ich meine, das müsste jetzt auch irgendwann kommen, das Dschungelbuch. Also ab in den Dschungel tatsächlich. Ich glaube, das müsste jetzt auch irgendwann kommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Wow. Alter, jetzt fang ich ja zurück zu schießen. Oh, Junge. Hör auf damit. So Dreck gelingen. Ach so. So funktioniert das. Hahaha. Das ist ja interessant. Oh, ich habe gerade ein bisschen übersteuert. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Habe ich Ake besteuert? Ich hoffe nicht. So, dann kann man schön langsam machen und den ganzen Tag mitnehmen. Geil. Boah. Junge. Wow. Alter. Gut, wenn wir Nickung gegangen sind. Die hätten uns ganz schön gebrühtchen. Haben wir irgendwo Power-Schuh? Sehr gut. Autsch. Autsch. Das war ein Schuss in den Ofen. Sehr gut. Nice, 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 nice. Und da vorne. Und wir kommen zum Dschungel tatsächlich. Geil. Ja. An den kann ich mich nämlich noch ganz genau erinnern. Der Dschungel war auch immer richtig geil. Richtig geil. Glaubst du, hier werden wir unseren König finden, Donald? Nein, ich glaube nicht. Das sollte... Was sollte er denn hier wollen? Das Landen können wir uns sparen, wäre bloß Zeitverschwendung. Vielleicht sind aber Kairo und Rico hier. Okay. Unsere Mission geht vor. Wir werden unser neues Ziel... Nein! Hä, wir fliegen jetzt hin? Bist du doof? Ich will, dass wir hier landen. Kommt nicht in Frage. Landen! Weiter fliegen! Landen, habe ich gesagt! Nimm deine Finger da weg. Oh, wie schön. Das ist so toll, ne? Haben die den jetzt rausgeschmissen? Ich glaube, die haben den rausgeschmissen. Oh nein. Ein Kanzel. Ich muss anvisieren, irgendwie. Ah, so. Sehr gut. Hö. Oh, wir haben's schon. GG. Datsang. Geil. Datsang. Sabor. Danger. Uh, danke. Danke. Uh, uh, was ist dieses Ort? Dieses Ort, dieses Ort. Okay. Wo sind die anderen? Look, ich wurde verabschiedet von meinen Freunden. Have you seen them? Hm? Hm? Friends. 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 Genau, meine Freunde. Es gibt zwei von ihnen. Der loudste ist ... Was? Ich bin für meine Freunde Riku und Kairi. Schau für Riku. Freunde. Genau. Kairi. Freunde. Genau. Freunde, hier. Wirklich? Huh? Freunde, hier. Nicht sicher, ich verstehe, aber zeig mir. Bring mich zu Riku und Kairi. Tarzan. Tarzan, geht's. Und ich bin Sora. Tarzan, geht's. Sora, geht's. Du sitzt nicht immer vor Behördenbriefen. Hehehehehe. Die Jungle. Verschollen im Dschungel. Hey. Gorsch, wo sind wir? Ich hoffe, Sora ist okay. Ich hoffe, Sora ist okay. Ah! Wer braucht sie? Wir können den King Ritualum finden. Huh? Waaaaaah! Huh? Oh nein. Okay, ich glaube nicht, dass wir irgendwie Tarzan springen können. Aber Tarzan ist jetzt erstmal in unserer Gruppe. Was ja, glaube ich, erstmal nicht so schlecht ist. Okay, dann bestätigen wir das mal so, wa? Geil. Okay. Wir sind Deep Downer Reno im Dschungel. Und Tarzan ist dabei. Ich bin Tarzan und ich bin auch dabei. Okay. Oh. Da muss ich hinterher. Tut mir leid. Ah, ich hätte vielleicht nochmal zurückgehen müssen. Vielleicht war da ein Speicherpunkt oder so, ne? Ah ja, egal. Kommen wir nochmal nach oben? Ne, ne? Oh, da ist ne Kiste. Nice! Direkt mal aufmachen. Mega Potion, ja man! Die ist gut und die können wir bestimmt gut gebrauchen, wenn wir jetzt schon alleine hier rumlaufen müssen. So ist jetzt die Frage, wo müssen wir denn hin? Müssen wir wirklich da runter? Ah, wir kommen nochmal hier rein. Perfekt. Lass mich mal ganz kurz checken, ob da oben ein Speicherpunkt war. Meistens ist ja am Anfang vom Level so ein Speicherpunkt. Dann können wir hier gerade nochmal ganz kurz vielleicht schnell speichern, oder? Okay, hier ist kein Speicherpunkt. Komm ich da? Komm wir da? Was, wir kommen da nicht hoch? Ist ja eine absolute Freshheit. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Nö, 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 nö. 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 Okay, kommen wir da hinten irgendwie hin? Wir springen aber mal runter. Oh. Ah, okay. Ich verstehe. I understand. Äh, ich mach mal den Speicherpunkt vor der Aufnahme. Falls mit der Aufnahme mal was ist, kann ich nochmal neu aufnehmen. Soll ich vielleicht immer so machen. Okay. Tarzan, wo lang? Hier? Oh, die Tarzan-Spiele früher auf der Playstation 1, ne? Boah, voll geil. Allgemein die Disney-Spiele früher einfach mega. Wann am Ende des Tages ist alles eigentlich fast immer das gleiche, ne? Diese Jump'n'Run-Games. Diese Side-Scrawler. Aber König der Löwen auch zum Beispiel. Aladin. Boah, einfach mega. Au. Einfach mega, mega cool. Ach. Cool. Dia 3 erhalten. Okay. Ich weiß nicht, was es ist, aber wir nehmen es mit. Oh nein, wir können das Trio-Dings jetzt hier nicht machen. Feiße. Aber ihr habt ja auch gesagt, man kommt später, kommen wir wieder... Ah, Dia 6 erhalten. Cool. Äh, man kommt später hier wieder zurück. Tatsächlich. Was war das? Anleitung 2 zur Herstellung von Äther. Zutaten hinzugeben und kühlen. Okay. Okay, was ist das? Anleitung 3. Zusatzexperiment zur Herstellung mehrerer Items. Ich wollte es nicht kaputt machen. Oh, da ist noch so ein Dia-Ding. Ich weiß nicht, was das ist. Dia 2. Ich nehme die einfach mal mit. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich nehme es mit. So, hier hängt Wäsche. Da ist eine Uhr und ein Kaffeeservice. Hä? Kochrezept 1. Ofen anmachen, nicht die Finger verbrennen. Wäre von Vorteil. Bambusdicklicht. Okay. Ah, waren Donald und Goofy nicht gerade noch hier? Ich glaube, ja. Felskleppe. Das heißt, die können nicht weit sein eigentlich, ne? Da oben ist eine Kiste. Ich habe die schon gesehen. Was hier? Nichts. Okay. Dann lassen wir da hochgehen. Ich glaube, wir müssen da eh hin. Da sind zwei Kisten. Hm. Aber wir hochkommen. Kann er sich da nicht festhalten, sag mal? Sora, was ist mit ihm? Ah, okay. Alles klar. Natürlich, natürlich, natürlich. So. Einmal aufmachen. Mega-Potion. Geil. Und eine Äther, komm. Mit Rilleerz. Ja, und immer auch. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube, nicht hier hin war. Habe ich vorne im Lager irgendwas übersehen? Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Können wir in das Zelt rein? Ah. Ah, alles klar. Wir können in das Zelt rein. Interessant. Oh, warte. Da. Jane. Tarzan. Oh, und wer ist das? Ah, hallo da. Ich bin... Oh, du sprichst Englisch. Gut. Also, dann. Obviamente, du bist nicht mit Tarzan. Bist du hier, um die Gorillen zu studieren? Ja. Ha, ha, ha. Ein Circus von Clowns. Nicht viel für die Gorillen zu schütten. Herr Clayton, wir studieren sie, nicht sie schütten sie. Das ist Forschung. Well, die mehr, die merrier. Mach dich selbst zu Hause. Well, anyway... Ich bin Stan! Huh? Zora, schau mal was wir gefunden haben. Schau mal das. Ja. Donnerwetter. Was ist das? Ein Gummistein, dasselbe Zeug aus dem unser Schiff ist. Bedeutet also... Der König könnte hier sein. Wir müssen uns zusammentun, wenn wir ihn finden wollen. Zumindest vorübergehend. Schön, du kannst mit mir kommen. Zumindest vorübergehend. Okay, wir haben Protestgummi erhalten. Okay. Okay. Jetzt müssen wir natürlich auswählen, wen wir mitnehmen. Also ich finde... Oh, ich hasse sowas, ne? Aber ich finde Goofy ehrlich gesagt schon ziemlich strong, muss ich sagen. Den würde ich ungern da lassen. Also Goofy würde ich gerne mitnehmen. Wobei, können wir alle drei mitnehmen, oder was? Ach ne, jetzt haben wir Goofy da gelassen. Ja, es ist erstmal okay, glaube ich. Ist erstmal okay. Passt schon. Das ist schon in Ordnung. Wir können ja jederzeit wechseln. Tatsan wurde anscheinend im Dschungel von den Gorillas aufgezogen. Mit ihm zu sprechen ist noch immer nicht leicht, aber er macht Fortschritte. Er hat vorhin also in der Gorillasprache gesprochen. Richtig. Suchst du jemanden? Ja, er sagte Riku und Kairi seien hier, aber ein Wort konnte ich nicht verstehen. Vielleicht hilft uns der Projektor weiter. Wir zeigen Tatsan einige Dias. Vielleicht trifft eins von diesen Worten. Wo sind denn alle Dias hin? Ah, okay. Jetzt weiß ich, deswegen suchen wir die ganze Zeit, ne? Ja. Alles klar. Wir müssen Dias suchen. Ich weiß zwar nicht, wie viele. Aber wir sollen Dias suchen. Ich verstehe schon. Jetzt ist natürlich die Frage, ein paar haben wir ja schon gefunden, ne? Hey, Bro. Ich heiße Clayton. Ich bin der Jäger, kein Forscher. Okay. Alles klar. Das war das Rezept, ne? Ofen anmachen, aber nicht verbrennen. Okay. Huch. Ah, da ist noch eins. Geil. Dia 4. Haben wir gefunden. Oh, warte mal. Wir können hier Trio machen. Oder? Ja. Okay. Nicht mit Tatsan anscheinend. Der hat da keinen Bock drauf, oder? So, komm mal her. Oh, das geht nur mit Goofy und mit Donald. Alles klar. Schade. Hier, was ist das? Ohne Anleitung 1 lässt sich das Experiment nicht durchführen. Okay. Kaputt machen? Hm. Da oben ist noch eine. Da oben ist ein Dia. Warte mal. Oh, wir hätten die große Kiste gebraucht, glaube ich. Ja. Ich glaube, wir brauchen die große Kiste. Respawn die. Oder brauchen wir die? Warte mal. Vielleicht können wir hier hoch. Ah ja. Und dann die Stange hier. Können wir die Stange hier hochklettern? Ocean in den Topf geben. Nein. Yes. Oh, wir kommen nicht weit genug. Scheiße. Warte. Warte. Ne. Ach, wir können hier hinten einfach... Manchmal ist es viel zu einfach. Manchmal ist es zu einfach. So, ich glaube, haben wir schon alle? Sind das nur 6 Stück? Lass mal zurückgehen und fragen. Ich weiß nicht, wie viel es sind. Die hat noch nichts gesagt, ne? Ich glaube, die hat nicht gesagt, wie viele das sein müssen. Hast du die jetzt gefunden? Sie müssen irgendwo im Lager rum. Ja, warte mal. Was hast du denn, Sora? Ach, gar nichts. Dieser Ort kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber wieso? Ich habe diese Insel nie verlassen. Okay. Gorilla. Ein Schiff. Zwei Fechter. Oh, wir haben alle gefunden. Perfekt. Wo sind meine Freunde? Riku und Kairi? Hey, ich dachte... Das bleibt nur nur ein Platz. Ich weiß. Junge Mann. Wir sind in dieser Insel für ein paar Zeit. Aber wir haben noch nicht gesehen, diese Freunde von deinem Freund. Ich würde da sein, mit den Gorillern. Aber Tarzan hat uns nicht zu nehmen. Wirklich, Mr. Clayton. Tarzan würde nicht... Dann nehmen uns da. Dann nehmen uns da. Wirklich, die Gorillern. Wirklich, die Gorillern. Wirklich, die Gorillern. Dieses Grinsen. Okay, ich weiß nicht, ob dieses Grinsen, ob das... Ich bin mir da unsicher. Ich bin mir da unsicher. Okay, bevor wir gehen, lass uns grad noch mal ganz kurz checken, ob wir hier vielleicht irgendwas Neues haben. Tarzan hat ja verschiedenste Frohnatur. Kampfunfähigkeit wird schnell wieder aufgehoben. Voller Heilung der LP. Das ist eigentlich geil. Das ist geil. Was haben wir hier eigentlich? Ratze, Fatze? Perforieren? Können wir nicht machen. Hm. Kombo durch rechtzeitig das Tasten drücken. Ich weiß halt nicht, ob wir das hinbekommen, ne? Aber wir können das auch noch gar nicht machen, sehe ich gerade. Okay. Abfolgervorsagen, nicht kritischen Schaden. Muss das mal machen vielleicht. Ah, wobei ich den Purzelbaum eigentlich schon... Ach, wir können mehrere benutzen, oder was? Ah, okay, 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 okay. AP und eins von drei. Das heißt, einen können wir noch auswählen. Wir haben den Purzelbaum. Wir könnten die Analyse des Gegners noch mit reinnehmen. Das wäre eigentlich auch nice, ne? Okay, jetzt haben wir null von drei. Wir könnten aber auch alle drei wegmachen und nur perporieren nehmen. Ich verstehe. Ich verstehe. Alter, Tatsache, einfach null von 19. The fuck? Holy shit. Alter. Drei von vier. Ausrüsten. Ach, das hat er schon, okay. Und Goofy Tackle. Alles klar. Okay, okay, okay. So, bei Ausrüstung hat Tatsache den Speer. Und wir haben noch den Reif. Ich glaube, irgendeinen davon... Ja, wir haben nur die beiden. Mehr haben wir da leider nicht. Und die haben das auch alles. Okay. Ähm, ich speichere mal ab. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Von Let's Play Kingdom Hearts. Morgen geht's weiter. Ähm, würde mich sehr freuen, wenn ihr am Schlaf seid, ne? Dankeschön fürs dabei sein. Und bis zur nächsten Folge. Einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag noch. Macht's gut. Bis dahin. Und haut rein. Bis dahin.